Ich finde es großartig, dass hier im Landkreis was passiert, im Gegensatz zu Chemnitz, wo ja nur die Museen was machen und hier ist es halt auch kommunal, haben viele Künstler eine Chance sich mal zu präsentieren, finde ich gut, ich fühle mich ja schon im Rentenalter, so mit 66 und mir macht es trotzdem Spaß dabei zu sein.